Kinder, Kinder, da seid ihr ja wieder. Obwohl, nee, da bin ich ja wieder. Ja, dieses Video ist einfach nur so aus Gründen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal hier eine kleine Sneak-Preview. Ich habe ein bisschen was aus China bekommen. Achtung. Ja, was könnte das sein? Was wird das werden? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das ungefähr ahnen könnt, was das werden soll. Aber ich verrate nicht, dass es eine Fräse wird. Ihr wisst schon. Was wollte ich noch erzählt haben? Ach ja, genau. Da fiel mir etwas ein. Ich habe ja mal ein Video gemacht, die Dreißigkeit der Woche. Und ich glaube, das mache ich jetzt wöchentlich. Weil es gab schon wieder die Dreißigkeit der Woche. Und zwar dieses Mal hier. Dieser Herr YouTube. Wenn du da zuguckst, YouTube. Du kannst mich mal im Arsch lecken. Ohne Scheiß. Ich kriege jetzt hier dauernd in irgendwelchen Videos irgendwelche Claims mit Copyright und so eine Scheiße. Dann mache ich mir extra hier den Arschwund und lade diese ganze Kacke runter von YouTube Library und diesen ganzen Mist. Quäle mich da tagelang durch Musik, die kein Mensch hören möchte. Nur um das als Hintergrundding laufen zu lassen. Und dann kriege ich hier für jedes Video irgendwie so eine Müll-Mail mit ihr. Moment, Wortlaut. Es könnte sein, dass da Musik drin ist, für die du die Rechte nicht hast. Es könnte sein. Wenn die noch nicht mal wissen, dass es ihre eigene Musik ist, dann leck mich doch am Arsch. Und ohne Flachs. Wisst ihr was? Es könnte sein, dass YouTube mir Geld schuldet. Könnte sein. Weiß ich nicht. Die sollen mir einfach 10.000 Euro geben. Es kann ja sein, dass ich das von denen kriege oder so. Wer weiß. Naja. Ich höre mal auf, mich aufzuregen. Ich zeige euch lieber nochmal was Cooles. So, Kinder. Das war das Methadon für heute. Auf Wiedersehen.